Zeit für ein du 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 Moho und herzlich willkommen auf Kanal, danke dass du ja bist. Wir spielen heute wieder eine Runde Juju und zwar mal die Kampagne weiterspielen und zwar mit mir die Kampagne Juju 5DS weiterspielen. Wir haben beim letzten Mal entsprechend Wahrheit und Konsequenzen gespielt gehabt. Heute spielen wir Götter der Morgen. Das können wir natürlich überspringen. Wir benutzen natürlich unser Kartendeck. Schauen wir mal gegen wen wir spielen müssen. Und gegen wen müssen wir spielen? Direkt gut wiegen. Okay, wir nehmen mal Steinhäute. Ach leider schon. Schade. Na gut, was sind wir? Erster oder Zweiter? Und wir sind Zweiter. Schade. Na gut, müssen wir an zerte Karten glauben. Dann werden wir auch gewinnen. Auf gehts. Was gibt es für ein du 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 du. Okay, wir haben das Horn, Schwiegkraft, Schwarzloch, alter Mangelkrieger und Schneemann. Okay, nicht schlecht, würde ich sagen. Damit können wir auch schon gut was anfangen. Wir haben auch noch Fingonien bekommen. Dann würde ich sagen, legen wir nochmal, hm, ich bette den Mangelkrieger, Mangelkrieg. Gucken, hat er da Falle? Ja, weiß nicht. Dann legen wir nochmal die Spielkraft. Und greifen mal seine Karte an. Gretter, greifen an. Auf seine Karte. Zack, weg damit. Riesene Karte. Ist weg. Kann sich wieder helfen. Wie geht nach oben? Okay. Und die Bettenmacht. So, da können wir gleich mal nach Schwiegmann liegen. Verteidigungsfunktion, würde ich sagen. In der Schmatte. 1800, nicht schlecht. Aber wir haben ja Spielkraft. Können wir auch nochmal aktiv gehen. Zerstellen wir mal beiden Karten da. Direkt damit. Raus nehmen wir auf den Karte. So, wir wissen ja, dass er keine Falle da oben hat. So, wir haben ja auch den Menschenfresser. Ähm, ich würde sagen, wir legen nochmal kurz den Schneemann. Verdeckt. In dem Verteidigungsfunktion. 1900. Jetzt noch das Horn drauf. So, weiter den Mangelkrieg. Zack, machen ihn noch ein bisschen stärker. 2400. Und greifen mal. Nein, mal direkt an. Angriff. Und direkt auf Lebenspunkt. 2400 Schaden. Ah, damit hast du nicht gerechnet, ne? Dass wir besser den Mangelkrieg haben. Und das Horn. So, wir gucken, was er macht. 1800, okay. Greifen wieder. Ja, wir haben dann den Schneemann. Gibt euch mal 100 Taten. Und wir können dann eine Karte zerstören. Weg damit. Raus. Ja. So, mal gucken. Was kriegen wir noch? Schönes. Wir haben DNA-Operationen. Ja, können wir mal legen, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, setzen wir nochmal den Menschenpresser in die Verteidigungsfunktion. Und greifen wieder mit Betanemann den Kriegern an. Betanemann den Kriegern. Greifen ihn direkt an. Auf die Lebenspunkte. Zack, 2000 Jahre Schaden wieder. Ah, super. So. Jetzt musst du was machen hier. Und, hast du noch eine Karte? Monster vielleicht? Oh, ruft er die Jagd hin? Okay, jetzt kommt die Riesenratte wieder. Ah, können wir ja mal unsere DNA-Operationen auch mal aktivieren. Suchen wir uns nach den netten Krieger raus einfach. Das ist ganz gut. Und, kommt die Riesenratte wieder. Er wird wahrscheinlich auf die Karte angreifen. Ja, auch Menschenpresser. Können wir die Riesenratte zerstören. Weg damit. Ausdämpfer nicht mehr. Gehst du noch eine Karte wieder. Okay. So, Herzerkarte. Dann gibt es noch ein Monster. Ah, Tracker-Spender. Gut. Hilft uns ja auch nicht, ne? Gut, fliegen wir noch mal kurz den Pinguinen verdeckt. Und greifen wieder mit Beta an. Beta, greift an. Auf die verdeckte Karte. Nein. Weg damit. Und, wir werden mit. So, jetzt muss Rex aber wirklich was machen. Großartig eingeschaut hat er jetzt auch noch nicht. Er verendet seinen Zug. Okay. Und, wir haben Harpin. Federwisch. Ja, können wir noch was aktivieren. Wir führen seine Karte oben. Und fliehen wir an den Pinguinen. Deshalb im Angriff stehen. Und sagen, wir wollen den Elf nicht nutzen. Wir greifen mal mit Pinguinen einmal an. Seid auf die Lebenspunkte. Pinguinen greift an. Und mit Beta dem Magiekrieger. Wir greifen an. Und gewinnen das Spiel. Rex. Damit heißt es nicht, dass wir gewinnen können. Gut, liebe Freunde. Ich bedanke mich erstmal wieder. Seid ihr bei wart. Gebt euch einen Video. Und daumen hoch. Wenn ihr euch den Kanal abonniert. Kanal aktiviert. Glocker-Kollektion. Ich bin ein Megafreund. Und mich mega schützen. Wie meine Megafreund. Wenn ihr das nächste Mal bei seid. Wenn das heißt in der weiteren Folge. Yu-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi.